Moin Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. Heute beweisen wir ganz kurz und knapp und bündig, wieso dieses komische Verfahren, was wir letztes Mal uns angeguckt haben, CCA1 sicher ist. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, damit ich nicht wieder so lange brauche, diese Dinger hier hin und her zu schieben. Und ja, das ist wie immer unser Challenger C, unser sozusagen Angreifersimulator oder Entscheider, wie ihr es auch immer nennen wollt. Das ist das hier und das hier ist unser kleiner Angreifer, von dem wir annehmen, dass er das CCA1-Verfahren brechen kann, das wir konstruiert haben. Wir nehmen an, dass unser A das kann und wenn unser A das kann, dann kann unsere Konstruktion hier raus das K-Repetition-Verfahren CPA brechen. Und wir wissen ja, dass das CPA sicher war und deswegen kann das Ganze nicht sein. Also wissen wir, dass es so einen Angreifer nicht geben kann und deswegen ist das Ganze CCA1 sicher. Ja, und der Beweis ist irgendwie sehr stumpf, aber total witzig, wenn man sich das so überlegt, dass das so funktioniert. Ja, ihr könnt ja mal ein bisschen drüber nachdenken, während ich hier euch das Ganze vorführe. Und zwar, was bekommt unser A-Strich sozusagen, also wir, im CPA-Spiel von K-Repetition McElise? Und, naja, der bekommt ja K-Public-Keys, also pk1 bis hin zu pkk. Ähm, pkk. Okay. So, und diese K-Public-Keys müssen jetzt für alles andere ausreichen. Was macht jetzt unser A-Strich, also wir hier drin in diesem grauen Teil? Weil, naja, wir ziehen uns einfach aus dem GAN-Algorithmus, den haben wir ja logischerweise auch, ziehen wir uns einfach nochmal K-Schlüssel. Also wie beim K-Repetition McElise ziehen wir uns hier jetzt einfach mal nochmal K-Schlüssel und zwar mit Secret Key in diesem Fall jetzt. Das heißt, wir holen, nein, ich möchte selbst entscheiden, wo ich hinschreibe, danke. Wir ziehen uns, ähm, pk und ich nenne es jetzt gleich so wie es ist, k plus 1 bis hin zu pk2k, also k plus k im Prinzip. Und wir ziehen uns sk1 bis hin zu, ähm, skk. Warum steht hier jetzt sk1 bis skk? Naja, wir haben ja hier keine Secret Keys gekriegt. Die will unser, äh, unser Challenger natürlich nicht preisgeben. Und deswegen nehmen wir einfach mal an, okay, dieser, diese Public Keys hier sind natürlich Public Keys. Und wir brauchen aber für das, äh, cca1 sichere Verfahren, das wir letztes Mal konstruiert haben, brauchen wir noch K-Secret Keys. Und die kriegen wir, wenn wir uns nochmal K-Public Keys konstruieren. So, und jetzt können wir einfach folgendes machen. Jetzt können wir hier ein bisschen durcheinander würfeln. Wir können sagen, pk, k plus 1 und pk1, wir würfeln einfach komplett durcheinander, zufällig, irgendwie hin und her, okay. Und pk1 ist nachher vielleicht pk, k plus 1. Also wir, ähm, ich schreibe es gerade mal so übereinander, wie wir es letztes Mal hatten. So, ähm, und diese, die haben wir bekommen, die haben wir uns selber erzeugt, zusammen mit diesen Secret Keys hier. Und jetzt, damit es echt aussieht für den Angreifer, damit man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt, äh, sieht nicht echt aus, macht man folgendes. Man würfelt einfach hin und her und fügt das hier oben ein und den pk1 fügt man unten ein. Und nennt sie dann halt wieder pk, k plus 1. Und im Prinzip sind jetzt die hier, die wir vom Challenger bekommen haben, irgendwie hier drin und hier drin verteilt. Und unsere, die wir uns selber generiert haben, sind auch hier oben drin verteilt und hier verteilt. Und was wir jetzt bekommen haben, ist ziemlich genau dieses Setting hier, was wir letztes Mal hatten, nämlich mit k, äh, mit k Secret Keys und 2k Public Keys, die man natürlich dann, äh, also die anderen Secret Keys, die kennen wir nicht. Die kennen wir jetzt hier in dem Spiel auch nicht. So, und jetzt seht ihr wahrscheinlich schon, was wir machen können. Wir können ganz einfach unserem Angreifer, also dem, der das CCA1-sichere Verfahren brechen kann, können wir dieses, äh, der Pfeil muss andersrum, ähm, der schickt uns ja immer wieder so ein paar Nachrichten und die will er entschlüsselt haben. Also er schickt uns nicht Nachrichten, sondern er schickt uns eigentlich Schiffrate. Die nenne ich jetzt einfach mal CI, weil er schickt uns, keine Ahnung, x-beliebig viele, ähm, Schiffrate, die wir hier einfach für ihn entschlüsseln müssen. Und wir können diese Schiffrate hier entschlüsseln, denn die haben ja diese Form, ähm, die wir uns schon mal überlegt haben hier, mit, ähm, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Verschlüsselungen von M. Also hier steckt drin, eng von PK1 plus S1, also quasi K mal verschlüsselt, mit, ähm, K verschiedenen, ja, entweder oben oder unten sozusagen ausgewählt. Okay, und das können wir natürlich hier jetzt entschlüsseln für unseren, äh, für unseren Angreifer mit ziemlich, ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, denn wir haben ja hier K secret Keys und dass wir nicht entschlüsseln können, kommt ja nur vor, wenn er wirklich gerade K mal das falsche Bit gezogen hat. Das heißt, höchstwahrscheinlich können wir für ihn entschlüsseln und schicken ihm die Nachricht MI zurück. Ja, so, ich schreibe es gerade mal hier drauf, MI, so, das wird hoffentlich noch richtig gedreht, ja, super. Okay, und was er jetzt bekommt, ist ein vernünftiges Entschlüsselungsorakel, das Verschlüsselungsorakel brauchen wir jetzt nicht mal mehr simulieren. Die Public Keys kennen sowieso alle auf der ganzen Welt, die geben wir ihm einfach mal mit, da kann er sich selber seine Verschlüsselung zusammenbauen, ähm. Also sagen wir hier, er kriegt alle PKs, ich nenne es jetzt einfach nur PK, er bekommt einfach alle Public Keys, also das alles bekommt er noch, damit er sein Eng-Orakel, was er ja auch hat, einfach simulieren kann, da brauchen wir sonst nichts dafür zu machen. So, und jetzt darf der hin und wieder ein paar Sachen anfragen, kann was rechnen, so viel er möchte und wir wissen, am Ende, nehmen wir ja an, A, kann unser CCA1 sicheres Verfahren brechen. Okay, das bedeutet, irgendwann mal kommt eine, beziehungsweise nicht eine, sondern zwei Nachrichten, M0 und M1, ups, mal wieder falsch drauf gekommen, und M1. So, und diese beiden Nachrichten, die verschlüsseln wir jetzt für ihn, beziehungsweise wir verschlüsseln nur eine, und zwar, wir verschlüsseln perfekt zufällig eine Nachricht. Wir ziehen uns wieder mal unser Bit B, und das verschlüsseln wir jetzt hier. Aber woher kommt dieses B? Wir müssen ja am Ende auch noch irgendwie dieses CPA-Verfahren von, äh, CPA-sichere K-Repetition-Magilies brechen. Das heißt, diese Nachrichten M0 und M1, die sind nicht nur unsere Challenge-Nachrichten sozusagen, sondern wir geben die einfach direkt weiter an unseren Challenger, und der bekommt, na, darf ich jetzt bitte schreiben? Dankeschön. Der bekommt auch M0 und M, ups, und M1. So, und der darf sich jetzt das Bit aussuchen, das machen nicht wir, sondern das macht der Challenger. Der sucht sich jetzt das Bit B aus, perfekt zufällig, wie immer, aus 0,1. Und sucht sich somit diese Nachricht M0, beziehungsweise M1 aus, verschlüsselt die, und schickt uns das Schiffrat, also C-Stern nenne ich es jetzt einfach mal, weil C-Stern bedeutet, das ist unser Challenge-Schiffrat. Okay, und was wir machen hier, wir schicken einfach das Challenge-Schiffrat direkt weiter, interessiert uns eigentlich nicht, und das darf jetzt hier unser Angreifer A rechnen. Okay, und was der jetzt macht ist, naja, der ist ja ganz glücklich, aber der darf jetzt sein Entschlüsselungs-Orakel, also uns, darf er nicht mehr anfragen. Warum er das nicht darf, das machen wir gleich, aber das ist ja CCA1, falls ihr euch an die Definition davon erinnert, und jetzt haben wir ja gesagt, der Angreifer kann CCA1 brechen, das heißt, der findet aus diesem C-Stern raus, ob M0 oder M1 gebrochen wurde. Das bedeutet aber, dass er entscheiden kann, welches Bit unser Challenger hier gezogen hat, und wir können es einfach direkt als Grauer hier, wir können es direkt weiterleiten, und der gibt ja immer ein Bit B' aus, wir leiten einfach dieses Bit B' direkt weiter, und haben somit die CPA-Sicherheit von dem K-Repetition-Mag-Elise gebrochen, falls dieser Angreifer hier die CCA1-Sicherheit von unserem Verfahren, das wir das letzte Mal konstruiert haben, gebrochen hat. Gut, jetzt noch die letzte Frage, warum ist das Ganze nicht CCA2-Sicher, sprich, warum kriegt unser Angreifer, sobald er dieses Challenge-Schiffrat hier hat, warum darf er ab hier unten drunter nicht mehr das Entschlüsselungsorakel, also sprich, uns mit dem Secret Key anfragen. Naja, der Trick ist einfach der folgende, wenn er das dürfte, dann darf er ja dieses Schiffrat C hier einfach ein bisschen manipulieren. Schauen wir uns nochmal an, wie das Schiffrat hier definiert war. Wir hatten hier diesen Vektor S drinnen vorne, der uns gesagt hat, mit welchen Public Keys wir verschlüsselt haben. Okay, und was der Challenger, äh, der Angreifer jetzt machen könnte, er könnte einfach eins von diesen Bits hier drin flippen, also S0, äh, S1 zum Beispiel, wenn es vorher 0 war, auf 1 setzen und das darf er dann wieder an das Entschlüsselungsorakel hier, das darf er anfragen und das könnten wir ihm halt nicht beantworten, beziehungsweise, ähm, es wäre einfach trivial, weil entschlüsseln wäre dann sowieso, ja, bei der Entschlüsselung, ob ich jetzt mit dem Secret Key, äh, mit dem Public Key hier oben verschlüsselt habe oder ob ich mit dem verschlüsselt habe, das bringt ja keinen Unterschied und deswegen darf er das so nicht machen und deswegen kriegt er hier einfach das Deckorakel weggenommen, deswegen haben wir hier nur CCA1 Sicherheit. Wie wir CCA2 Sicherheit erreichen, das zeige ich euch nächstes Mal und dann kommt auch raus, warum wir dieses komische mit K mal Secret Key wegschmeißen und so einen Schwachsinn überhaupt gemacht haben. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, so ein Beweis und wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dann, ciao!